Ich weiß die Gereiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Moin Moin Minderna. Ja ich bin jetzt gerade auf die Idee gekommen. Jetzt ist der Akku komplett. Jetzt können wir ja mal die Messung wiederholen. Er ist jetzt noch nicht groß gebalanced und so. Aber dürfen wir uns einfach jetzt noch mal den gesamten Akku angucken. Oh, wartet mal, jetzt habe ich falsch gedrückt. So, das jetzt mit allen Anschlüssen, mit allem drum und dran. Guckt mal, 100% Jungs. Mein alter Kartoffel Akku, den habe ich ja vor sich hingegammelt schon. Hier lebt es. 3,29 Milliohm Minder. Also das ist fast neu. Also jetzt mal, wenn man es mit einer Autobatterie vergleicht, ist es eine saugute neue AGM oder Bleisäure. Und ihr seht es ja selber. Die Kabel, das sind noch die alten. Da geht noch mehr, wenn das noch ein bisschen ordnet. Ich bin gerade echt platt, Digga. What the fuck? Oh, geil. 100% Guckt es euch an. Bleibatterien sind scheiße. Tschüss. Ich bin gerade noch ein. Bleibatterien sind scheiße. Ich bin gerade noch ein. Bleibatterien sind scheiße.